Guten Tag, mein Name ist Jens Hummel. Ich bin der Chefarzt der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung im Krankenhaus Altona. Das ist eine sehr große und traditionelle Abteilung. Wir bieten das gesamte Spektrum der Behandlung in unserem Fachgebiet an. Schwerpunkte sind hier die Tumorchirurgie, aber auch die plastischen und ästhetischen Operationen sowie die Allergologie. Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen immer gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020